Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, heute ist es endlich mal wieder soweit. Ein Stadt-Update. Ich habe ein ganz klein bisschen weitergebastelt, da würde ich nur ein ganz klein bisschen. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und wie ihr es wahrscheinlich schon erkennen könnt, habe ich ein wenig an diesem kleinen Strand hier weitergebaut. Und ich muss an mir rumgehen, kurz vor das Licht. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Hier hinter mir ist es sehr eng. Da muss ich jetzt mal ein bisschen das Licht hin und herstellen. Und zwar habe ich hier in das Wasser einen kleinen Fels eingebaut. Der sieht so aus. Man kann das gut erkennen von allen Seiten hier. Und am Strand habe ich auch ein bisschen weitergebaut. Ich brauche noch ganz viele Runde. Einer mit Noppe oben, weil ich habe so ein paar Fliesen da noch mit hingepackt, damit der Strand so ein bisschen uneben wird. Aber ich brauche noch ein paar mehr mit Noppe, weil das dann doch cooler aussieht. Da habe ich nicht einen einzigen mehr. Da muss ich mal bestellen. Ansonsten habe ich das, finde ich, hier ganz gut hinbekommen. Da habe ich eine kleine Schildkröte hingesetzt. Und hier diesen Baum. Eine Eigenentwicklung von mir. Könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde ihn ganz cool. Er sieht irgendwie so ein bisschen verwelkt aus. Kleiner, kaputter Baum. Der irgendwie nur noch so ein, zwei kleine Blätter dran hat und nicht mehr so wirklich gut in Schuss ist. Die Megakonstrux Zombies habe ich einfach jetzt mal aus Spaß hier vom anderen Gebäude weggenommen und hier reingestellt. Dann haben wir hier eine kleine, etwas länger liegende Leiche. Ich weiß gar nicht, wo ich die Figur her habe. Die hat so Kugelgelenke an den Armen. Irgendwie brauche ich die davon nochmal mehr. Wenn jemand weiß, wo diese Figuren herkommen, gerne mal eine Info an mich, weil das finde ich ganz cool. Gerade wenn man so Skelette irgendwo hinlegt, sieht das ziemlich genial aus, weil man den Arm so abspreizen kann. Das Bein hat er schon verloren. Das liegt hier vorne. Hier nochmal den Baum etwas näher zeigen. Ich persönlich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Ich werde da mal gucken, ob ich da auch noch größere Varianten, also größere Varianten von baue. Das sieht eigentlich ganz nice aus mit diesem, ja leicht zerflatterten, mit diesen ganzen Blumenstängeln da dran. Dann habe ich hier jetzt an dem Gebäude die Treppe hochgebaut. Da geht es jetzt ein bisschen weiter nach oben. Hier habe ich überall noch so ein paar kleine Büsche hingesetzt. Zeige ich euch jetzt auch mal hier. Da auch noch so ein paar kleine Blumenstängel. Ich mache davon auch immer mehrere ineinander. Dann sieht das auch ganz cool aus. Da habe ich halt überall so ein paar jetzt noch mit an den Strand gestellt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Also gerade hier sind meine Bereiche vorne mit den paar Blüten, die da auf dem Sand sind. Das sieht halt wirklich aus, als wäre der Strand lange nicht benutzt. Und es bilden sich jetzt schon so ein paar mosige Pflanzen. Ich finde, das hat irgendwie so einen verwitterten Stil. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Das wird noch mehr. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das erst mal so. Jetzt gehen wir noch mal rüber zum Berg. Da habe ich auch noch ein ganz bisschen weiter gemacht. Und ich möchte euch noch mal diesen Part da drüben am Tunneleingang zeigen. Weil da habe ich letztes Mal nur so ein bisschen sporadisch rauf gefilmt. Das zeige ich euch gleich noch mal genauer. Da gehen wir gleich mal rüber und gucken uns das an. Gut, schauen wir uns das Ganze mal von der Seite an. Das ist ja der ganze Part. Wer sich noch ein bisschen an die Seite erinnert, dass sie da so leicht offen war. Das habe ich jetzt so ein bisschen eingebaut und zugebaut. Dass der Berg da so weiter hoch geht. Hier geht es natürlich jetzt ein bisschen in eine Richtung, wo ich noch nicht wirklich weiter gebaut habe. Ja, da muss ich halt weitermachen. Und den Part hier habe ich halt so angefügt. Müssen auch noch so ein paar Pflanzen mit drauf. Ist noch nicht ganz fertig. War halt so ein kleiner Anfang der ganzen Geschichte. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Auch wie der Berg da an der Ecke halt nach oben geht. Und hier dann nachher ja auch weiter geht. Ich habe jetzt da oben ein paar große Plates drauf gedrückt, damit halt diese große helle Platte, die ich da drauf hatte, verdeckt ist. Da werde ich dann demnächst jetzt auch mal anfangen, so ein bisschen weiter zu machen. Wahrscheinlich dieses kleine Zeltlager bauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob es ein Zeltlager wird. Ich bin da ja noch zwiegespalten. Bock hätte ich schon drauf, aber mal gucken. Vielleicht mache ich da auch ein paar kleine Büsche und es wird sehr, sehr waldig da in der Ecke. Mal gucken. Kleine Tannen. Ich weiß noch nicht. Ich bin noch am überlegen. Dann habe ich ihm hier mal eine Fackel in die Hand gedrückt, weil er gerade ja durch diesen Durchgang hier gegangen ist. Das sieht auch ganz nett aus. Ja, und hier vorne habe ich jetzt ein bisschen, ja nicht viel, aber halt so einen Tick weiter gemacht. Den Boden und die ganzen kleinen Steinchen, die da so rumliegen, hinzumachen. Das ist halt immer viel, viel Kleinkram, den man arbeitet. Man steckt immer viele kleine Steine. Und ich bin auch immer so pingelig, dass ich dann immer, wenn einer auch nur für mich irgendwie nicht richtig sitzt, mache ich ihn wieder weg. Und dann wird er wieder umgesteckt. Hier diese ganzen Oliv-Ecken, die ich an den Berg immer ranbaue und so. Also an dem Berg habe ich noch so viel zu tun, wenn ich bedenke, dass das hier alles noch mit kleinen Slopes und so mit verkleidet wird. Da habe ich echt noch einiges vor mir. Was ich irgendwann mal angehen muss, ich habe nur echt keine Zäune. Ich brauche eigentlich mal Zäune, die ich momentan in der Farbe, wie ich sie haben möchte, in Dark Blueish Grey von Blu-Rex gerade nicht kriege. Und mit den vier Noppen obendrauf, weil ich da so einen Zaun haben möchte mit Spitzen obendrauf. Da hatte ich ja hier schon mal, ich zeige euch das mal. Das ist jetzt zwar ein bisschen eine Wiederholung, aber egal. Da hatte ich das ja schon mal so angefangen, wie ich das ungefähr bauen möchte. Das soll halt das Tor werden. Und die brauche ich halt mit vier Noppen obendrauf, diese Dark Blueish Grey, um den Zaun halt so zu bauen. Und da brauche ich einige, um das so ein bisschen um den Friedhof an der Gleisstrecke entlang zu ziehen. Ja, und die sind leider momentan nicht lieferbar. Das ist natürlich doof. Ich werde gleich nochmal Ausschau halten. Ich habe lange nicht mehr geguckt, ob die vielleicht doch wieder aufgetaucht sind. Und dann hoffe ich, dass ich da irgendwann mal auch in der Richtung weitermachen kann. Weil erstmal muss ich den Zaun abstecken, damit ich dann nachher weiß, wie ich die Landschaft und den ganzen Friedhof da weitermache. Ich gehe nochmal von der anderen Seite rum. Dann können wir da nochmal gucken, was ich da so noch gemacht habe an der Stelle. Ansonsten war das hier der Part. Ich finde es gut gelungen. Sieht gut aus an der Ecke. Jetzt können wir nochmal von der Seite hier uns das hier anschauen. Da sind wir ja auch seltener am Schauen. Dann habe ich so ein paar Slopes hin gemacht, dass wenn das Wasser an der Mauer so ein bisschen wieder hoch geht. So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Das Gebäude hier wird natürlich auch noch anders platziert. Hier geht dann halt so ein bisschen der Sand weiter. Hier muss ich mir dann demnächst mal Platten reinlegen in die ganze Geschichte. Und dann werde ich wohl... Ich bin am Überlegen, die Gleisstrecke, in die hier reingeht, mit der Weiche wahrscheinlich dann doch nicht so zu führen. Weil ich dann doch das Ganze für die Landschaft nutze. Also ich glaube, die Gleisstrecke geht wirklich nur einmal im Kreis außen lang. Ja, es ist ein bisschen langweilig, aber es ist auch wirklich doof zu legen hier. Und ich möchte auch nicht so viel an Eisenbahnstrecke draufgehen lassen, weil... Ja, dann kann ich weniger Landschaft bauen. Und ich habe echt Spaß an diesem Landschaft bauen. Und Gleisstrecke bauen ist halt irgendwie ein bisschen langweilig. Ah, hier außerdem kleiner Teaser. Da demnächst mehr zu. Ihr seht schon, das ist unterbaut. Aber lasst euch überraschen. Da kommt ein Video zu. Ja, das sieht schon mal gut aus. Wir gehen nochmal von der anderen Seite gucken. Und dann sind wir auch mit dem kleinen Update schon durch. Ja, hier das Ganze nochmal von der Seite. Könnt ihr sehen, habe ich halt alles so ein bisschen verkleidet. Überall so ein paar kleine Steinchen reingedrückt. Ab und zu mal eine kleine Pflanze. Und immer mal so ein Stück weiter, damit ich da mal so ein bisschen vorankomme. Ich bin da ganz zufrieden mit. Jetzt muss ich halt hier an der Ecke dann irgendwann mal weitermachen. Und diesen Tisch hier einbauen. Das werde ich wohl auch mal bald angehen. Gut, das war mein kleines Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen noch einmal zurück zu dem Strandgebiet und gucken da nochmal. Mein Licht nehme ich wieder mit. Also da bin ich wirklich happy mit. Auch mit dem Baum, den ich da gebaut habe. Also ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde den irgendwie echt lustig. Mal eine Art von Bäume, die ich so in der Art noch nicht gesehen habe. Aber ich fand es halt irgendwie, er sieht so schön verwittert aus. Wie so ein Baum in so einem Sumpfgebiet. Da kann ich echt gut mit leben. Auch so das Ganze hier vorne sieht wirklich echt nice aus. Was ich besonders mag, sind die Oliv-Sträucher und die Dark-Ten-Sträucher. Die gefallen mir wirklich gut. Damit kann man echt eine Menge erzeugen. Auch hier die ganzen Fässer. Da habe ich noch ein paar Räder mit hingestellt. Und ein paar, ja, diese Kutschenräder. Fässer mit hingepackt. Überall habe ich hier Fässer, Fässer, Fässer. Alles, was ich am Fässer hatte. Da sind ein paar Fische drin. Es macht schon Spaß, diese kleinen Verzierungen zu machen. Man kommt zwar immer nicht sehr weit, aber es ist schon, ja, cool. Jetzt überlege ich, die Strecke hier vorne vom Gleis doch gerade zu führen und hinten in der Kurve rum und die ganze Ecke hier, vielleicht noch eine kleine Tischplatte hier vorne ran zu ziehen und hier dann so um dieses Mauerteil, diese Bilder wegzunehmen und da vorne dann halt ja im Prinzip einen Leuchtturm hinzubauen, der dann an der Ecke steht, wo das Wasser dann im Prinzip von hier weiter geht und an so einem Leuchtturmberg endet. Also, da muss ich mal schauen, ob ich das mache oder nicht. Aber eine Idee wäre es. Wir werden sehen, was noch so kommt. Mir fällt ja jeden Tag immer wieder irgendwas Neues ein und dann verwerfe ich eine andere Idee wieder. Gut, jo, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und gerne wissen möchtet, wie der ganze Fischerdorf-Spaß hier in Brickfield weitergeht. Die Nordensteinstube sagt Tschüss. Die Nordensteinstube Die Nordensteinstube